hallo und herzlich willkommen bei RedHogGamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute ist das Spiel Star Trek Timelines wieder an der Reihe ich werde es mal starten und dann schauen wir mal wie weit wir heute kommen was wir heute machen müssen so genau 50 Prozent nee 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 erst mal hier die Missionen abholen Missionen sind eigentlich ganz leicht ich brauche jetzt hier diese oder oder einmal und okay jetzt muss ich einsuchen mit dieses Zeichen und mit dieses Zeichen Cisco hat das aber ich muss mal gucken ob ich da einen schlechteren habe nicht nur Cisco ist aber den oder den das ist die Pistole und das ist die Pistole und da könnte ich hier auch einen Bonus reinsetzen wenn ich möchte aber okay ich habe 91 Prozent Bonus für das hier oder dafür oder dafür und das ist halt immer umso stärker wenn ich den benutze da habe ich 100 Prozent aber ich würde sagen ich nehme mal lieber da also das sind nur 96 prozent in 10 minuten sind die weg bleiben wir dabei da kann ich ja nichts mehr machen ja weg schicken 91 prozent müsste reichen so dann schließen wir das nächste den oder den und aber bist du den und den bräuch auch da haben wir einmal die pistole ich habe ein problem ich habe nicht mehr die beiden sachen zusammen der schon unterwegs Cisco auch 10 minuten ach ne komm ich schicke mal los so jetzt sind die über 10 minuten unterwegs ein paar hätte ich dann noch hier ist immer für welche Fraktion das hier sind wie hießen die vulkaner naja auf jeden fall diese komischen leute hier klingonisch genau klingon dann hören wir uns mal die belohnungen schon ab wenn wir welche haben wie viel zeit habe ich dafür noch 14 tage bis dahin könnte ich kommen scannen ein reis dann müssen wir mal gucken ob wir das überhaupt schaffen da ist ein stern hier ein stern und da also die und die muss ich auf jeden fall schaffen die ist nicht ganz so wichtig dann probiere ich mit stern und mit kapitän zeichen so stern aber einmal hier oh da habe ich schon zwei stücke ausgefüllt ich habe ein problem da oh nur 26 naja und wer kann von euch schießen du bist schon dabei schießen schießen keiner kann schießen ich habe schon dabei das ist ja mal richtig scheiße ich habe ich dann aber dich einfach mit gib mir energie ich habe es geschafft jetzt kommt das weiter jetzt wollte ich nach oben gehen einfach da könnte sie auch lang gehen ein und Oh, nicht ganz. Geschafft. Gut. Jetzt, äh. Nein, das schafft er nicht. Ah ja, ah ja. Oh, oh. Ich habe doch lieber den hier genommen. Oh, oh, oh. Nein. Shit. Einfach schwer. Ach je. Muss ich den machen? Um auf ihr alles gut zu machen? Oh, oh. Ich habe das anders wieder nicht gefunden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Vielen Dank. So, wir haben die 10 Minuten schon überstanden, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe den Gegenstand zu bieten. Hm, da habe ich denn noch was hier. Nein, habe ich nicht. Abbrechen. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Spocky. Das habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Gut. Trainieren. Auf 2 Sterne machen. Habe ich 4 Stück von. Mal schauen. Ich mache mal hier ein Spocky. Den oder den. Nehmen wir den hier mal. Den. Trainieren wir. 1, 2, 3, 4. Ich dachte, die kriegen mehr Sterne dann. Oder muss ich den hier machen. Auch nicht. Warte mal, der muss Level 4 sein. Ja. Ja. Jetzt. Anlegen. Ah, okay. Okay. Der muss auch Level 4 sein. 1, 2, 3 und Level 4 sein. Schön. 1, 2, 3 und. Da brauchst du nur Level 2. Was ich jetzt auch noch gerne wissen möchte ist. Wie könnte ich den mehr Sterne suchen. Ah, wie soll das? Okay. Ja, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal heraus. Vielleicht geht das. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann habe ich jetzt gerade ein bisschen Scheiße gemacht. Wenn nicht, dann habe ich schon mal vorgesagt. Ja. Gut. Die 10 Minuten sind ja vorbei. Wie ich gerade schon mal sagte. Schauen wir mal, was wir abholen können. Hier. Und das. Da sind noch ein paar Aufgaben. Für heute. Scannen. Nein, brauche ich nicht. Abschließen. Abschließen. Und den auch abschließen. So, jetzt sind wir alle da. Was war hier noch gewesen? Ach, hier oben die. Notruf. Notruf. Ich weiß nicht, was wichtiger ist. Notruf oder immer... Die Episode. Ich glaube, Notruf ist immer wichtiger. Ist das ein Krieg oder ist das? Wieder solche Aufgaben. Ein Kampf. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es letztens schon mal hatten. Ein Kampf. Oh. Ich habe gleich verglichen. War unser Schiff besser? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir immer nur das Schnee drücken, was frei ist. Auch ein bisschen doof, dass ich den mit habe. Den brauche ich gar nicht. Ich habe hier... Blau und... Gelben Angriff. Und... Der bringt eigentlich nichts. Oh, ich habe trotzdem gewonnen. Der hat doch ein paar Sterne mehr gehabt für mich. Na gut. Ich fülle mir jetzt erst mal mein Ticket ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.